Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 50 ist ein Gerichtspsalm. Durch mehrere Verse macht Gott deutlich, dass er über seinem Volk zu Gericht sitzen wird. In Vers 7 heißt es, so höre doch, mein Volk, jetzt rede ich mit dir. Israel, ich muss dich ermahnen. Ich bin Gott, ja, dein Gott bin ich. Irgendetwas ist vorgefallen. Irgendein Verhalten oder eine Haltung des Volkes ruft Gottes Unmut hervor. Und er muss mit seinem Volk darüber sprechen. Er muss ihnen deutlich machen, was nicht stimmt und was unbedingt korrigiert werden muss. Die Menschen, die Gott zu sich ruft, erscheinen im ersten Moment als ganz Treue, Untergebene und Diener Gottes. In Vers 5 heißt es deswegen, versammelt von mir alle, die mir treu ergeben sind. Alle, die mir ihre Opfer dargebracht und dabei den Bund mit mir geschlossen haben. Für diesen Bundesschluss mit Gott waren bestimmte Opfer ganz wesentlich. Nun kam es aber zu einer Fehlentwicklung. Die Gottesbeziehung, die Gottesverehrung und das Leben in diesem Bund mit Gott war wesentlich gekennzeichnet davon, einfach weiterhin Opfer zu bringen. Opferrituale scheinen der wesentliche Inhalt der Frömmigkeit gewesen zu sein. Und genau an dem Punkt setzt die göttliche Opferkritik an. Drei Verse beschreiben das und das sind ungewöhnliche Verse. Das schlägt ganz andere Töne an, als man es von anderen Texten gewohnt ist. Es heißt ja nämlich ab Vers 8, nicht wegen deiner Schlachtopfer klage ich dich an. Auch deine Brandopfer bringst du mir ja regelmäßig dar. Ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke von deinen Weiden. Denn alle Tiere im Wald und Flur gehören mir ohnehin, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Diese Verse sind wirklich erstaunlich. Erst vor kurzem las ich im vierten Buch Mose Kapitel um Kapitel, wo es um die regelmäßigen Opfer ging. Die Opfer, die die Juden jeden Morgen bringen mussten oder jede Woche oder jeden Monat. All die Opfer, die an den jüdischen Festen gebracht werden mussten. Also da haben wir kapitelweise Beschreibungen all dieser Opfer. Und gleichzeitig haben wir im Alten Testament eine deutliche Opferkritik. Psalm 50 ist da nicht der einzige Text. In Jesaja 1, Vers 11 kann Gott sagen, Darum bringt ihr mir so viele Opfer, spricht der Herr. Ich bin eure Witter als Brandopfer und das Fett des Mastviehs leid. Mir gefällt das Blut eurer Opfertiere, Lämmer und Ziegenböcke nicht. Und der Prophet Jeremiah stellt klar, Als ich eure Vorfahren aus Ägypten führte, wollte ich keine Brandopfer und andere Opfer von ihnen, sondern ich forderte, gehorcht mir, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und am deutlichsten bringt die Opferkritik der Prophet Hosea zum Ausdruck, wenn er schreibt, Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Genau diesen Text aus Hosea 6, Vers 6 zitiert Jesus dann zweimal im Neuen Testament, um deutlich zu machen, Opfer sind nicht das, was Gott eigentlich will. Was Gott vielmehr möchte, ist Barmherzigkeit. Opfer ersetzen es nicht, das Richtige zu tun. Opfer ersetzen nicht Gehorsam. Opfer ersetzen nicht Handlungen, die Gott von seinen Kindern fordert. Durch Opfer kann man sich nicht aus der Affäre ziehen, sonst wird das zum Missbrauch der Opfer. Jesus hat das bei manch Frommen zu seiner Zeit genauso erlebt. Da wurden im Tempel fleißig Opfer gebracht. Opfertiere gekauft und den Priestern zur Verfügung gestellt und gleichzeitig wurden elementare Tugenden, Eigenschaften und Handlungen missachtet, die Gott eigentlich von seinem Volk möchte. Die Frommen konnten einerseits Opfer bringen und auf der anderen Seite furchtbar unbarmherzig mit anderen Menschen umgehen. Heute wird das Opfer gebracht und morgen zeigt man sich hartherzig dem Sünder, dem Zöllner, dem Fremdling oder den Kindern gegenüber. Und im Gleichnis vom barmherzigen Samariter kommen der Priester und der Levit gerade aus dem Tempel, wo sie die ganzen Opfer gebracht haben für das Volk und jetzt hier auf der Straße sind sie nicht in der Lage, sich über einen Verletzten zu erbarmen. Auch Psalm 50 beschreibt, auf was es Gott eigentlich angekommen wäre. Eben nicht auf Opfer, sondern, und das sagt jetzt Vers 14 bis Vers 15, zeige Gott deinen Dank. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfülle die Gelübde, die du vor ihm, dem Höchsten, abgelegt hast. Rufe zu mir in Tagen der Not. Dann werde ich dich erretten und du wirst mich preisen. Es sind also drei Dinge, die Gott hier erwähnt. Zum einen Dankbarkeit, das heißt ja, opfere Gott Dank. Zum zweiten Verbindlichkeit, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und zum dritten Bedürftigkeit, rufe mich an in der Not. Mit dem Ausdruck opfere Gott Dank ist nicht gemeint, dass ich Dankbarkeit als Opfer empfinden muss, dass ich mich eigentlich gar nicht dankbar fühle, dass es eigentlich furchtbar ist, was mir da begegnet, aber jetzt muss ich irgendwie dankbar dafür sein. Das ist nicht damit gemeint, sondern opfere Gott Dank heißt, das, was ich empfangen möchte von dir, das, was mich erfreut, wenn du es mir entgegenbringst, ist nicht der Stier, nicht der Witter, sondern deine Dankbarkeit. Also wir müssen die Dankbarkeit nicht als Opfer empfinden, sondern für Gott ist die Dankbarkeit wie ein Opfer, ja sogar noch mehr wert, als ein Opfertier, das man ihm bringen könnte. Und der Ausdruck, erfülle dem Höchsten deine Gelübde, das ist eben ein Ausdruck von Verbindlichkeit. Ich stehe zu meinem Wort. Man kann sich auf mich verlassen. Mein Ja ist ein Ja. Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann ziehe ich es durch. Wenn ich etwas möchte, dann bleibe ich dran. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Da hat man etwas versprochen und ich stehe zu diesem Versprechen. Und das fasse ich jetzt eben zusammen mit dem Ausdruck Verbindlichkeit. Rufe mich an in der Not, das drückt für mich eben Bedürftigkeit aus. Denn wenn ich eine Not habe, wenn ich in Not bin, dann bin ich bedürftig. Dann brauche ich in irgendeiner Form Hilfe, Unterstützung, Begleitung, Trost, das Eingreifen Gottes, ein Wunder, was auch immer. Ich bin in Not und damit bin ich zutiefst bedürftig. Und wenn ich diese Bedürftigkeit nun zum Ausdruck bringe, indem ich Gott anrufe, indem ich sage, Gott, ich wende mich an dich, du bist meine Hilfe, öffne ich mich damit eben, werde ich auch verletzlich. Ich muss nicht den Starken, den Erfolgreichen spielen. Ich darf mich zeigen, wie ich bin. Ich darf ehrlich werden. Man kann niemandem helfen in seiner Not, wenn er nicht ehrlich wird über seine Not. Insofern ist diese Bedürftigkeit die Voraussetzung für echte Begegnung, für authentische Beziehung. Drei ganz spannende Dinge. Dankbarkeit, Verbindlichkeit und Bedürftigkeit. Und ich würde mal sagen, diese drei Dinge sind eigentlich die Grundlagen aller Beziehungen. Dankbarkeit ist die Grundlage für Zuneigung, für Wertschätzung und für Liebe. Verbindlichkeit ist die Grundlage einer echten Verbundenheit, die Grundlage von Verlässlichkeit und Zuwendung. und Bedürftigkeit öffnet uns bis in die Tiefe. Bedürftigkeit macht uns echt und authentisch und lässt Nähe und Hilfe zu. Offensichtlich wünscht sich Gott, dass unsere Beziehung zu ihm genau davon geprägt ist, von Dankbarkeit, von Verbindlichkeit und von Bedürftigkeit. Und ich glaube, das geht über die Gottesbeziehung hinaus. Auch unsere menschlichen Beziehungen, unsere zwischenmenschlichen Freundschaften sollten geprägt sein von diesen drei Elementen, von Dankbarkeit, von Verbindlichkeit und von Bedürftigkeit. Damit wird Psalm 50 zu einem weiteren Text, der deutlich macht, dass Gott sich bestimmte Äußerungen, bestimmte Verhaltensweisen unseres Charakters wünscht und nicht Opfer. Das Opfer der Israeliten stand ja immer außerhalb von ihnen selbst. Da wurde ja etwas anderes geopfert. Sie haben das Opfer nur gebracht, aber geopfert wurde dann ein Tier oder eine Speise. Aber ich habe das Opfer nur gebracht. Im Neuen Testament ändert sich das. Paulus schreibt in Römer 12 Vers 1 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und wieder sind wir beim Thema Barmherzigkeit. Gott ist uns gegenüber so unendlich barmherzig. Und darauf gibt es nur eine angemessene Antwort. Dass wir uns selbst Gott schenken, in eine Beziehung, in eine Freundschaft mit Gott eintreten. Das ist das eigentliche Opfer. Da wird nicht jemand anderes geopfert, kein Tier wird gebracht, sondern ich selbst schenke mich Gott. Und die Frage ist nun, wie schenke ich ihm? Welche Äußerungen meines Charakters machen Gott Freude? Und da sind wir wieder bei Psalm 50. Dankbarkeit, Verbindlichkeit und Bedürftigkeit. Das sind drei Charaktereigenschaften, die Gott enorm Freude machen. Und der ganze Psalm schließt dann in Vers 23 mit der Aussage, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Also zeige Gott deinen Dank. Bring zum Ausdruck, was dich freut, was dich glücklich macht und wodurch du dich gesegnet fühlst. Und sei Gott gegenüber verbindlich. Bleib dran an ihm. Nimm dir Zeit. Bring ihm zum Ausdruck, dass er dir wichtig ist und dass du gerne mit ihm zusammen bist und dass du gerne das lebst, was ihm wichtig ist, dass dir die Werte des Himmels bedeutsam sind. Und hab keine Angst davor, Gott deine Bedürftigkeit zu zeigen. Deine Nöte, deine Sorgen, das, was dich beschäftigt, das, was dich plagt und dir Furcht einflößt. Ruf mich an in der Not. Das ehrt Gott, wenn man ihn als den sieht, der einem hilft und der einem zur Seite steht. Dankbarkeit, Verbindlichkeit und Bedürftigkeit in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zueinander. Das ist für mich die Botschaft vom Psalm 50. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Macom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag. Macom ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de Psalmen neu erleben. Das ist für mich die Botschaft THIS und die Botschaft Lverfsten.de